Albert Kesselring war einer der bedeutendsten Generäle der deutschen Wehrmacht. Kesselring war Heeres- und Luftwaffenoffizier, der während des Zweiten Weltkrieges verschiedene Führungspositionen inne hatte und nach dessen Ende von einem britischen Militärgericht in Italien als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt und später mehrfach begnadigt wurde. Am 19. Juli 1944 erhält Kesselring als einer der wenigen Soldaten der Wehrmacht das Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen. Anfang 1945 wird er von Hitler als Nachfolger von General Rundstedt zum Oberbefehlshaber der Heeresgruppe West ernannt. In dieser Funktion konnte Kesselring jedoch nur noch die Waffenstillstandsverhandlungen und die darauf folgenden Kapitulationsverhandlungen der Westfront mit den US-Amerikanern einleiten. 6. Mai 1945. Kesselrings Kommandostab in Süddeutschland war die letzte verbliebene Gruppe, die sich bisher nicht ergeben hatte. In dem kleinen Ortsaal Felden, nur etwa 25 Kilometer von Salzburg entfernt, bezog Kesselring im verlassenen Sonderzug Himmlers mit seinem Gefechtsstab Quartier. Er versuchte mit den Amerikanern in Verbindung zu treten, um die Kapitulation zu verhandeln. Etwa drei Tage später konnte er einen amerikanischen Offizier empfangen, der ihm mitteilte, dass ihn am nächsten Tag der Kommandeur der 101. Luftlandedivision, General Maxwell Taylor, aufsuchen würde. Gleichzeitig erhielt Kesselring von dem Major die Offerte, ein wesentlich bequemeres Quartier im Berchtesgadener Hof in Berchtesgaden zu beziehen. Ortswechsel. Berchtesgaden. Seit dem Einmarsch am 5. Mai 1945 in Berchtesgaden haben die amerikanischen Soldaten unter anderem den Berchtesgadener Hof beschlagnahmt und für die Unterbringung der Soldaten genutzt. Einen Tag nach Kesselrings Festsetzung in Saalfelden wurde er mit seinem gesamten Stab auf Anordnung des US-General Maxwell Taylor nach Berchtesgaden gebracht. Taylor veranlasste, dass Kesselring und seine Mitarbeiter im Hotel Berchtesgadener Hof Quartier beziehen durften. General Maxwell Davenport Taylor behandelte Kesselring überraschend freundlich und gestattete ihm, seinen Interimstab, seine Orden und sogar seine Waffe zu tragen, wie diese Aufnahme zeigt. Im Hotel wurden Kesselring und seinen Begleitern die schönsten Räume zugeteilt. Er konnte sich frei bewegen, wurde aber gebeten, dies in Begleitung des amerikanischen Leutnants Brown zu tun. Darüber hinaus war es Kesselring sogar erlaubt, ohne Begleitung das Hauptquartier der Ost-Heeresgruppen im österreichischen Zeltweg und Graz zu besuchen. Diese Filmaufnahmen, die damals von einem amerikanischen Kriegsberichterstatter gedreht wurden, zeigen General Kesselring, General Taylor und Brigadegeneral Gerald J. Higgins in zwangloser Atmosphäre auf der rückwärtigen Terrasse des Hotels. Anlässlich der Kapitulationsverhandlungen wurden von einer US-Nachrichteneinheit neue Kommunikationskabel verlegt. Vermutlich bis auf das Gelände der ehemaligen Reichskanzlei in Stangas, in der die 101. Airborne-Division ihr Hauptquartier eingerichtet hatte. Untertitelung des ZDF, 2020 Diese Filmaufnahmen, die General Kesselring zusammen mit den amerikanischen Generälen wieder auf der Terrasse des Berchtesgadener Hofs zeigen, wurden wenig später in einem US-Nachrichtensender ausgestrahlt und erregten bei der US-Bevölkerung großes Aufsehen und Unverständnis, was die außergewöhnlich höfliche Behandlung des deutschen Generals betraf. General Taylor, hier ganz rechts im Bild, war in den Jahren zwischen 1949 und 1951 Kommandeur der alliierten Truppen in Berlin. Ebenso kam es zu einem Treffen von Kesselring und Generalleutnant Jacob Devers, dem Kommandeur der 6. US-Army Group. In den folgenden Wochen wurde Kesselring von verschiedenen alliierten Zeitungsreportern interviewt. Am 15. Mai 1945, eine Woche nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht, wurde Kesselring über Augsburg ins Lager Mondorf bei Luxemburg gebracht. Am 6. Mai 1947 wurde er von einem britischen Militärgericht in Mestre bei Venedig zum Tod durch Erschießen verurteilt. Im Juli jedoch zu lebenslanger Haft begnadigt. Am 23. Oktober 1952 wurde er abermals begnadigt und vorzeitig aus seiner Haft entlassen. Am 16. Juli 1960 starb Generalfeldmarschall Albert Kesselring und wurde auf dem Bergfriedhof in Bad Wiessee beigesetzt.